Mh 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 Ich hab' den Kitten, jawoll! Oh, behalte ihn! Geh' zurück, genau! Dem ist ein Red müsst ihr auch gleich Upside Den könnt ihr eigentlich euch snacken, der ist tot Okay Der hat hier noch 8 Sekunden drauf Könnt ihr euch eigentlich holen, weil der ist halt noch tot, ne? Äh, ich weiß nicht, wegen Sets Ja, das macht nix, das merken wir nicht, wenn ihr da rufen Okay, wollen wir aufgehen Wollen wir sich SS Wird so schief gehen? Wird nicht schief gehen, glaub ich Du müsst halt auch jetzt anfangen, nicht nur im Gebüsch rumstehen, ne? Ja, okay, Set fehlt, vielleicht geht's doch schief Ich follow, ich follow ab Okay, ich bin weg Okay, ich bin weg Na egal, lass den Na egal Ja egal Das ist die Gefühle Au 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 Das ist mir hier, die 10 zu gefährlich Oh, das war schlecht Ah ja, nicht mit Gott Ich lebe noch, ich lebe noch, oh mein Gott Ah, ich lebe nicht mehr Oh doch, ich lebe noch Oh mein Gott Good job, Mario Oh mein Gott, danke Ebenfalls Ebenfalls Ich dachte aber echt, ich bin, ich bin toter als tot Äh, naja Gut Eben, ich mach Wertbar, dann komm ich zu dir Das ist halt unter Garantie gewordet Egal Ich lauf mal gleich rein Guck mal, dass er irgendwas rauskriegt Ja, perfekt Okay, Achtung, die Mitte fehlt, Rapi Ja, aber der ist wahrscheinlich weg Ich mein, der kann mit viel Gold heimgehen Okay Ja, na gut Danke Oh, Heka kommt Heka bot Außer wie komisch, ein Heka ohne Ghost Er ist abgedreht, er hat kein Ghost Er hat kein Ghost Er kommt zu mir Warte dann Oh, er hat auch kein Ghost Warte Äh, stimmt, was spielt er denn? Oder er hat Heka halt noch nicht oft gespielt? Ja, auch so Erwin, hilfst du dir schnell beim Dings? Sofort Heka Rehm Ist dort Ja, behaltet den da Nicht jetzt in meine Richtung schicken Wir können es nicht bestimmen Doch, doch, doch Ihr opfert euch einfach Ikarim läuft zusammen, Luba Ja, Schweck, den hab ich grad geholt In die Richtung Ach, du hast ihn ja eh schon Na gut, dann bleib ich gleich mal hier oben Oh! Soll ich gleich auf Top einsetzen, Kevin? Ja, warte nicht, wenn der jetzt da ist Ja, hey Gib ihn jetzt Dann können wir das machen Oh, Achtung Ja, ich bin weg, ich bin weg Sicher? Hast du Flash? Ja, aber kann ich nicht rufen Ich hasse mein Leben Warum muss ich gegen Zed spielen? Warum ist der Fett? So lächerlich, wie schnell ist denn der Typ he? Das ist Heka Rehm Ja, der hat die gleichen Schuhe Und wie ich Ja, aber der hat eine höhere Movement Speed voneinander Ja, aber ich hab darüber eh auch Movement Speed Und ich hab das schon auf 3 gestackt So lächerlich Was? Was? Ja, gut Job Ja, gut Job Oh, dachte er, er kann was machen, hä? Oh Mann ey Hier ist ein Wort, Marvin Ja Oh, Heka ist hinter dir, Kevin Und seid auch Ich bin der Heka Huh What the fuck Okay, SS Jhin Dann macht in die Mitte schneller den Herald Können wir Tower for Tower traden Ja, ja Oh, wieso läuft mein Champ nicht weiter? Aber wenn die oben bleiben, ihr kriegt mit dem Herald zusammen mehr Türme als die Ja Ja Okay, Heka kommt, Heka muss Heka kommt auf jeden Fall Ja, ihr könnt zurückfallen, ihr könnt zurückfallen Gott ist auch noch der Bot Aber wir kommen in den Top vielleicht noch Äh, äh, Bot vielleicht noch was Mal schauen Der Bot zähne passiert in den Rüttel Ja, komm ich laufe hinter den Ach ne, der ist ja so ein Tower Ach ne, der ist ja so ein Tower Der liegt jetzt Komm mit GYVE Och Verderber Pass auf, der Chuggard ist bei euch Ne, der LTP wird abgebrochen Ah, okay Von ihm? Man kann doch keine Gbis mehr abbrechen Doch, doch Doch, auf dem Turret schon Und auch so noch Achso Ne Also so kannst du nicht mehr abbrechen, wir haben den Turret zerstört Achso, wenn der Turret zerstört würde Achso, wenn der Turret zerstört würde Achtung, Raffi Achtung, Raffi Ich fand's auch so, ich hab vorher mit meinem E von, äh, von Trundle auch den Teleport abgebrochen Jaja, der Gegner schon, aber er selber kann den Teleport nicht machen Achso, er selber nicht Achso, er selber nicht Achso, er liebte Ich hab' über den Turret Achso, der ist auch schwierig Mach den Turret Mach' 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 den Turret Boah, der Zett, Alter. Okay, Zett und Sugar. Und der Rest muss einfach verdammt viel Schaden, ohne dass man's erwartet. Mit seiner Batterie, so ist das ein Stil vielleicht. Nehm mir doch kurz mal Zeit und blicke in mein Herz. Sich zu verlieben, ist das dein für dich nicht lebenswert. Und ich wundere mich, warum kann ich es nicht? So ist es nicht, geh mir auf der Sicht. Ich weiß nicht, wie der Hacker denn so viele Last Hits hat. Ich hab doch den in den Red gewöhnt. Vielleicht mehr auf L.A. Ah, ist schon ein Schein. Er hat schon ordentlich mehr. Achtung, der Joker kommt wahrscheinlich in die Mitte. Ja, meine Minions kann ich eh nicht mehr ran, wahrscheinlich. Ob sie bei der Zukunft. Hi. Ja, ich bin da. Fühlt sich gut an. Oh, nein. Oh. 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 Oh, lass ihn mal im Jacken ab. Oh, fuck. Hier ist es 2, Erwin? Es klappt Ja, was ist das? Welkos kommt auch noch mitte Kommt weg? Ja, Tower Cholgat ruft runter Oh, ich konnte nicht mal mehr mich bewegen Oh mein Gott Also dieser 4 hat mich gerade echt Ich dachte, Cholgat wäre in unserem Team, aber... Nee, war er leider nicht Äh, ist er leider nicht Oh, der 4 von Heka Hat mich gerade richtig destroyed Oh, schade Irgendwer war da noch Der war nicht alleine, ne? Der Heka? Ja Jin stand daneben Naja, okay Ist doch auch ein bisschen blöd Ist doch auch ein bisschen blöd Sind wir alle? Ja Ja, wir sind alle, aber es kann dir keiner follow Oh Oh mein Gott Ich bin hier schnell raus Mann Ich würde sagen, aufgeben Hm, das ist... Oh, das ist so traurig Ich bin gleich wieder da Äh, okay Er läuft Er läuft bei uns Nö